Vom Optimismus, vom Gemeinsinn des Ruhrgebiets geprägt, bin ich davon überzeugt, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, wenn man füreinander einsteht, komme was wolle. Mittlerweile arbeite ich über 20 Jahre in der Mitbestimmung, um meine Freude anderen zu helfen und sie entsprechend zu unterstützen, ist genauso groß wie im ersten Tag. Es ist egal, ob es sich dabei um ein persönliches Thema handelt oder etwas, was alle Mitarbeiter betrifft. Mein Einsatz bleibt der gleiche. Gleichzeitig ist es mir wichtig, Themen auszugestalten. Als Betriebsrat arbeiten wir mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe und gestalten die Zukunft von Evonik mit. Ein aktuelles Beispiel ist das Projekt Smartwork, ein hybrides Arbeitsmodell. Wir haben jetzt kürzlich eine Gesamtbetriebsvereinbarung abgeschlossen, die ein flexibleres Arbeiten außerhalb des Büros regelt. Damit unter anderem stellen wir als Mitbestimmung sicher, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg zur Digitalisierung mitgenommen werden und letztendlich davon profitieren.